Du willst endlich eine Liga höher spielen? Ich gebe dir in diesem Video drei Tipps, wie das gelingen kann. Viel Spaß! Ja, erstmal klasse, dass du die Motivation mitbringst, auch im Fußball jetzt den nächsten Schritt zu gehen, dich als Jugend, Amateur oder Profispieler nochmal weiterzuentwickeln und den nächsten Step zu wagen. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, wenn du darüber nachdenkst, in eine bessere Mannschaft, in eine höhere Liga zu wechseln, dass du dir nicht nur einen Verein suchst, der jetzt einfach in einer höheren Liga spielt, sondern dass du schon darauf achtest, dass es auch ein Verein ist, wo du eine Chance hast, dich zu entwickeln, wo du auch eine Chance auf Spielminuten bekommst und nicht nur einfach, um zu sagen, ich spiele jetzt in einem besseren Verein. Okay, also das ist ganz wichtig, gleich mal vorab, mach dir wirklich Gedanken, zu welchem Verein wechselst du und was erwartet mich da, wie wird da vielleicht auf die Entwicklung gesetzt, wie ist die Verknüpfung auch hin zur aktiven Mannschaft. Das sind alles so Bereiche, die wahnsinnig wichtig sind bei der Auswahl eines Vereins. Aber wenn du dich dann dazu entschieden hast, wenn du sagst, ja, ich möchte zu diesem Verein unbedingt wechseln, dann gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie du jetzt auf dich aufmerksam machen kannst. Und die wollen wir jetzt besprechen. Möglichkeit 1 ist, dass du gescoutet wirst. Das Scouting-Netzwerk findet immer mehr Beachtung natürlich, weil Vereine erkennen, dass durch Scouting einfach gute Mannschaftsgefüge, gute Teams zusammengestellt werden können. Deswegen gibt es immer mehr Scouts und die Scouting-Netzwerke werden immer dichter. Das bedeutet auch die Wahrscheinlichkeit, dass du als Talent gescoutet wirst, steigt. Es gibt heute kaum mehr die Möglichkeit, dass du richtig gut bist und nicht gescoutet wirst. Das war vielleicht früher so, dass du dann Pech hattest, dass der Scout jetzt gerade nicht bei deinem Spiel da war. Aber heute ist das Scouting-Netzwerk so dicht, die Vereine sind so auf Zack, die Talente zu verpflichten, dass du, wenn du gut bist, über eine Saison hinweg, über zwei Saisons hinweg, dass du auf jeden Fall entdeckt wirst, wenn du richtig gut bist. 100%. Dennoch kannst du natürlich Dinge unternehmen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du auch wirklich gescoutet wirst, wenn es ja nicht auf Anhieb klappt oder wenn du jetzt nicht der bist, der alles überragt. Und da würde ich dir immer empfehlen, entwickle eine außergewöhnliche Fähigkeit. Okay, stärke eine Stärke, so dass es wirklich eine Waffe ist. Denn dann hast du auch die Chance, mehr aufzufallen und dadurch vielleicht auch anderen, die jetzt nicht unbedingt Scouts direkt sind, aufzufallen, die aber dann wieder Kontakte haben zum jeweiligen Verein. Also einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du im Gespräch bist, weil du einfach durch eine gewisse Fähigkeit, sei es deine Schnelligkeit, deinen Torhunger, deine Zweikampfstärke, extrem auffällst. Und so erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, in dem Scouting-Netzwerk, auch wenn vielleicht dann jetzt dein Spiel unglücklicherweise nicht gescoutet wird, trotzdem über kurz oder lang aufzufallen. Ja, wie kannst du so eine außergewöhnliche Fähigkeit denn jetzt entwickeln? In welchen Bereichen macht es denn überhaupt Sinn? Und dazu möchte ich dir einen kleinen Exkurs in die Ajax-Ausbildungsakademie geben, denn die ist ja bekanntlich einer der besten Kaderschmieden Europas. Und Ajax scoutet nach folgendem Prinzip. Und zwar ist es das Tippsprinzip, also bedeutet T-I-P-S. Es geht um folgende Faktoren. Technik, also deine technische Ausbildung. Intelligenz, damit ist natürlich Spielintelligenz zum einen gemeint, aber auch einfach dein Sozialverhalten. Da schwingt auch die Persönlichkeit mit rein. Okay, also das P, Persönlichkeit, wie ist dein Auftreten, wie ist deine Mimik, deine Gestik, auf und neben dem Platz. Und das S steht für Schnelligkeit, also sowohl deine Handlungsschnelligkeit, wie schnell kannst du Spielsituationen wahrnehmen, wie schnell findest du Lösungen, als natürlich auch deine physische Schnelligkeit, also wie gut ist dein Antritt, wie gut ist deine Endgeschwindigkeit. Und nach diesem Prinzip scoutet die Ajax-Akademie ihre Spieler und unterbewusst sicherlich auch viele andere Vereine, die jetzt vielleicht kein Scouting-Konzept haben oder ein Scouting-Konzept haben, was hundertprozentig ähnlich aufgebaut sein wird. Bedeutet, das sind die vier Bereiche, Technik, Intelligenz, Persönlichkeit, Schnelligkeit. Und hier kannst du dich vielleicht wiederfinden und versuchen, deine außergewöhnliche Stärke herauszukristallisieren. In dem Zug hat Wim Jong, das ist der Akademiedirektor von Ajax beispielsweise gesagt, ihn interessiert nicht, wie viel Tore ein Spieler geschossen hat oder wie schnell er jetzt im letzten 100 Meter Lauf war, denn das sind alles Momentaufnahmen in seinem Entwicklungsstadium, die sagen relativ wenig aus. Er schaut sich die Bewegungen an, wie bewegt sich ein Spieler, er schaut sich die Kreativität an, die Persönlichkeit, den Willen, die Liebe zum Spiel. Das sind für ihn die Details, die bei seinen Spielern, die er scoutet, den langfristigen Erfolg versprechen. Das sagt wirklich wahnsinnig viel aus über das Scouting im Jugendfußball, aber natürlich auch im Profifußball. Und ich glaube, mit diesen Tipps, also dem Tippsprinzip und auch diesen Aussagen jetzt von Wim Jong und von Arsene Wenger, der sagt, wenn du mit 14 noch nicht die Technik ausgebildet hast, die wichtig ist, dann hast du im Profifußball nichts verloren. Mit diesen zwei Zitaten weißt du, worum es im Scouting geht und das Technikbeispiel liegt ja auch im Tee von Tipps drin. Also eine Technik ist definitiv mittlerweile die absolute Grundlage, um gescoutet zu werden. Verbinde das mit deiner persönlichen Stärke, entwickle eine außergewöhnliche Fähigkeit und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass du als herausragender Spieler gescoutet wirst. Die zweite Möglichkeit, in einen höheren Verein zu wechseln, ist über das Probetraining. Gerade in niedrigeren Ligen, wo jetzt vielleicht noch nicht so gescoutet wird, ist es eher möglich, über ein Probetraining mal in einen anderen Verein reinzuschnuppern und auf sich aufmerksam zu machen. Und da ist es ganz wichtig, dass du wirklich proaktiv auch auf den Verein zugehst, beispielsweise über E-Mail, WhatsApp-Kontakt, am besten natürlich der persönliche Anruf, wo du dich beim Trainer oder beim Verein für ein Probetraining anmelden oder empfehlen möchtest. Also die proaktive Vorgehensweise ist beim Thema Probetraining wahnsinnig wichtig und wird total unterschätzt. Die meisten Spieler denken immer, ja, ich werde ja nicht eingeladen. Geh proaktiv drauf zu. Ich kenne wahnsinnig viele Spieler, die durch proaktive Bewerbungen für ein Probetraining dann tatsächlich auch die Einladung bekommen haben. Und es hat auch nicht selten dann funktioniert, dass sie in der nächsten Saison in diesem Verein gespielt haben, bis wohin auch zu Leistungsvereinen. Also ich kenne auch tatsächlich Spieler aus Nachwuchsleistungszentren, die über so eine Initiativbewerbung dann reingekommen sind in die Mannschaften. Okay, also lass dich da nicht entmutigen und geh wirklich proaktiv vor in diesem Bereich. Beim Probetraining selbst sind zwei Dinge wichtig. Erstens steck dir dein Ziel, was den Verein angeht, nicht zu hoch. Okay, das heißt, bewirb dich nicht bei einem Verein, der jetzt drei, vier Ligen höher spielt, sondern eher eine Liga drüber, geh Step by Step. Okay, ganz wichtig. Dann beim Probetraining selbst, vereinbare am besten mehrere Probetrainings. Dann bist du nicht abhängig von einem einzigen Trainingseindruck. Also wenn du weiter dafür fahren musst, vielleicht sogar ein mehrtägiges Probetraining, wenn die Mannschaft dann mehrere Tage am Stück die Trainingseinheiten hat. Oder vielleicht bei kleineren Vereinen dann, dass du über drei Wochen hinweg beispielsweise einmal die Woche mittrainierst. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann hast du einfach ein bisschen einen breiteren, längeren Trainingseindruck. Einmal du natürlich vom Verein, einmal aber auch der Verein von dir. Und du bist nicht abhängig von einer Tagesleistung, wo du vielleicht beispielsweise schlecht geschlafen hast oder einfach einen nicht so guten Tag hast. Wichtig auch noch beim Probetraining, nimm dir am Anfang nicht zu viel vor. Also geh nicht gleich rein von Minute eins. Du musst dir jetzt direkt irgendwas Außergewöhnliches zeigen, sondern starte langsam rein, komm über die Basics und steigere dich dann von Minute zu Minute hoch. Klar, am Ende ist es natürlich auch wichtig, dass du Dinge wirklich probierst, dass du Dinge auch riskierst, denn du möchtest dir auch jemanden von dir überzeugen. Das heißt, zeig, was in deiner Werkzeugkiste drin ist, vor allem dann gegen Mitte oder Ende des Trainings, wenn du am Anfang über die Basics gut reingekommen bist und dir schon eine gewisse Sicherheit auch gemeinsam mit den neuen Kollegen auch erspielt hast und dann natürlich auch für dich den Mut hast, deine PS wirklich auf die Straße zu bringen. Für dein Probetraining ist vor allem auch die optimale Trainingsvor- und Nachbereitung wahnsinnig wichtig und dazu haben wir dir ein Video hier oben verlinkt, wo wir genau darüber sprechen. Die dritte Möglichkeit, die vor allem im professionellen Fußball und im Nachwuchsleistungsfußball zum Tragen kommt, ist der Spielerberater. Ich weiß, der Spielerberater ist sehr umstritten, es gibt wahnsinnig viel Gefahren und Nachteile, aber es gibt auch einige Vorteile. In diesem Video möchte ich dir generell nur sagen, pass natürlich auf, mit wem du hier zusammenarbeitest, informiere dich davor umfassend, was ist es für eine Agentur, was haben sie für Referenzen, aus welcher Motivation raus machen sie das und wer ist die Person auch, die dich berät? Wie ist der Hintergrund, wie ist die Vita? Was hat die Person bisher gemacht? Das ist wahnsinnig wichtig und wenn du dich für diesen Weg über einen Spielerberater entscheidest, dann haben wir dir hier noch ein eigenes Video gedreht, wo wir dir die wichtigsten Tipps im Umgang mit Spielerberatern geben und dann auch nachfolgend noch ein Video, wo wir mit einem Spielerberater von einer großen Agentur auch sprechen und uns Insights holen, wie läuft sowas ab, was sind hier wirklich die Dinge, die wichtig sind, was sind vielleicht auch Mythen, die so überhaupt gar nicht stimmen und deswegen kannst du dich über diese beiden Videos umfassend zum Thema Spielerberater informieren und auch so für dich eine Möglichkeit finden, in einen höheren Verein zu wechseln. Das sind die drei Möglichkeiten, wie du relativ schnell und auf direktem Wege deinen Traum vom neuen Verein, von der neuen Liga verwirklichen kannst. Nummer eins ist das Scouting. Wenn du eine herausragende Fähigkeit hast, wenn du über Jahre hinweg vielleicht eine konstante Leistung bringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gescoutet wirst, ist heutzutage sehr, sehr hoch. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann musst du noch an dir arbeiten, dann musst du noch weiter trainieren, um dann einfach früher oder später entdeckt zu werden. Möglichkeit zwei ist das Probetraining. Gehe hier proaktiv auf den Verein zu, am besten mit einem persönlichen Anruf. Das ist, was am besten ankommt beim Trainer, beim Verein, weil er dann einfach gleich merkt, der ist mutig, spricht auch für deine Persönlichkeit, wenn du hier wirklich einen persönlichen Kontaktpunkt suchst. Nimm dir im Training nicht zu viel vor und sorg dafür, dass du mehrere Probetrainings vereinbarst, um wirklich auch einen nachhaltigeren Eindruck zu hinterlassen und nicht abhängig zu sein von deiner Tagesleistung. Und Tipp Nummer drei ist der Spielerberater. Sei vorsichtig im Umgang mit Spielerberatern. Es kann dir aber auch wahnsinnig viel helfen. Schau dir dazu unsere zwei Videos an, die wir dir dazu gemacht haben, um dich wirklich erstmal umfassend zum Thema Spielerberater zu informieren, bevor du diesen Schritt gehst. Ich hoffe, wir konnten dir dabei helfen, den nächsten Schritt in deinen Verein zu gehen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare unten, zu welchem Verein du gerne wechseln möchtest und vor allem, wann das Ganze stattfinden soll und ob es dann letztendlich vielleicht sogar auch geklappt hat. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Erfolgsstories in den Kommentaren sind. Vielleicht hast du es über einen dieser drei Wege auch schon in der Vergangenheit in den höheren Vereinen geschafft. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Infos. Gib mir gerne dein Feedback. Dein Simon Jans. Dein Simon Jans. Dein Simon Jans. Untertitelung des ZDF, 2020